Herzlich willkommen zu einem Spotlight von Scientists for Future zum Thema die planetaren Grenzen. Mein Name ist Dr. Gregor Hagedorn. Ich arbeite als Wissenschaftler an einer großen Forschungseinrichtung in Berlin und habe im Januar 2019 zusammen mit anderen die Scientists for Future initiiert. Stellen wir uns unseren Planeten vor. Wir kennen alle dieses Bild. Das Bild wurde einmal von Apollo 8 aus gemacht. Viele Menschen auf diesem Planeten sahen zum ersten Mal ihren Planeten aus dem Weltall. Sie sahen einen kleinen, verletzlichen, überschaubaren Planeten. Nicht die Unendlichkeit, die uns hier vom Boden aus der Planet zu sein scheint. Dieses Bild wurde nicht umsonst zur Ikone der Umweltbewegung in den 70er Jahren und ich finde es heute noch beeindruckend. Ebenso beeindruckend finde ich, wenn wir ein bisschen weiter in den Weltraum hinausfahren. Hier zum Beispiel mit der Sonde Cassini zum Saturn gefahren und wir schauen zurück. Da sehen wir wieder die Erde und den Mond dazu und wir sehen, wir können die Pixel schon fast zählen, weil sie so weit entfernt sind. Angesichts dieser Bilder über die ungeheure Größe des Weltalls bin ich immer wieder erstaunt über manche Hollywood-Filme. Sie erzählen, dass die Menschheit auf der Erde sowieso keine Chance habe, unseren eigenen Planeten zu erhalten, würden wir doch auf keinen Fall schaffen. Und deshalb bestünde unsere einzige Überlebenschance darin, eine neue Heimat auf anderen Planeten oder in anderen Sonnensystemen zu finden. Das ist ja einerseits okay, man kann sich alles Mögliche in Filmen ausdenken, aber beunruhigend ist vielleicht, wie selbstverständlich das von den Zuschauern offensichtlich akzeptiert wird. Sie sagen jetzt nicht, das ist aber ausgemachter Blödsinn, sondern eher, okay, das ist ganz plausibel, so schlimm, wie es um unsere Gesellschaft und unseren Planeten steht. Ich möchte da ein wenig dagegen halten. Also auf dem Mars eine Kolonie für die Menschheit, das muss man sich wirklich mal vorstellen. Also ernsthaft? Antarktis ist echt leichter. Es gibt keinen Planeten B, aber wir haben ein Raumschiff und dieses Raumschiff ist unser Planet. Mit diesem Raumschiff fahren wir schon seit vielen Millionen Jahren als Menschheit durchs Weltall und sich vorzustellen, dass unser Planet solch ein Raumschiff ist, wie wir es aus den Filmen kennen, das ist durchaus nützlich. Also wenn wir ein Raumschiff hätten, würden wir ein Management haben, wir würden auf die Vorräte, Luft, Wasser, Nahrung, Rohstoffe, Energie aufpassen. Natürlich auf den verfügbaren Abfallstauraum, zum Beispiel für so etwas wie CO2 in der Atmosphäre. Wir müssen ganz stark unsere Recycling-Kapazitäten erhalten und, ganz wichtig, die Ausbildung und Fähigkeiten der Besatzung entscheiden über den Erfolg der Raumschifffahrt. Und wie sieht denn jetzt unser Erdkontrollraum aus? Ich zeige Ihnen jetzt hier mal ein Symbolbild, wie ich mir das manchmal so visualisiere, wenn ich die Nachrichten lese. Ein Käpt'n Kirk im etwas fortgeschrittenen Alter, der nicht mehr ganz so motiviert ist, der vielleicht auf seine Pensionierung wartet. Und an der Wand sind viele veraltete Kontrollinstrumente und irgendwie läuft das ganze Ding, ja. Wissenschaft hat jetzt versucht, zumindest ein neues Kontrollinstrument, ein Anzeigeinstrument zu entwickeln und das nennen wir die planetaren Grenzen. Das sieht dann so aus, also so ein bisschen was wie ein Radarschirm mit verschiedenen Sektoren. Wir können uns jetzt vorstellen, die verschiedenen Sektoren zeigen verschiedene Bereiche des Raumschiffs an und zeigen an, ob da alles in Ordnung ist oder ob da vielleicht ein Leck in der Hülle ist. Das ist ein prima Anzeigeinstrument, wenn man auf der Brücke eines Raumschiffs das Raumschiff managen will. Wir sehen hier auch schon, dass einige Bereiche im tiefroten Bereich sind, einige im gelben, also Gefahr, aber noch nicht völlig überschritten. Einige sind im grünen Bereich. Und schließlich sehen wir drei Sektoren, die sind grau. Da wissen wir es nicht. Da kann die Wissenschaft momentan noch keine guten Einschätzungen der Gefahrenlage geben. Da sind wir quasi blind, so als ob die Sensoren des Raumschiffs dort ausgefallen wären. Fangen wir mit dem ersten Sektor an, der Erderwärmung. Viele erstaunt, dass dieser nicht tiefrot ist. Das ist tatsächlich so. Die Erderwärmung hat die 1,5 Grad Grenze noch nicht überschritten. Aber wir wissen, mit welcher Dynamik wir auf diese Grenze hinarbeiten, wie schnell diese Grenze kommen kann in sehr wenigen Jahrzehnten. Deshalb ist die Klimakrise mit der Erderwärmung so bedeutsam. Aber interessanterweise gibt es mehrere andere Sektoren, die jetzt schon tiefrot sind. Dazu gehört zum Beispiel der Stickstoffkreislauf. Wie viel Stickstoff und damit verbunden auch Phosphor wir in unserer Landwirtschaft einsetzen, wie viel davon in die Flüsse und die Ozeane gespült wird, wie sie dort die Ökosysteme zerstören und die Kreisläufe zerstören, ist jenseits der Tragfähigkeit unseres Planeten. Es sprengt die planetaren Grenzen. Und ganz ähnlich das Thema Artensterben. Wir überschreiten bei weitem die planetaren Grenzen des Artensterbens. Wenn wir so weitermachen, werden wir ein sechstes Massenaussterben der Erdgeschichte auslösen. Hierzu gibt es ein weiteres Spotlight von Scientists for Future, falls Sie daran Interesse haben. Es werden also verschiedenste Bereiche angezeigt. Und vielleicht ganz rechts kurz der Ozonabbau in der Stratosphäre ist ein hochgefährlicher Prozess, den wir aber tatsächlich durch die internationalen Abkommen, das Montreal-Abkommen vor allem im Griff haben. Das heißt nicht, dass wir dort kein Management mehr brauchen. Ganz im Gegenteil. Wir brauchen kontinuierliche Überwachung, ständige Nachsteuerung. Aber bei der Ozonschicht haben wir als Menschheit gemeinsam gehandelt und haben die Gefahren, die es dort einmal im gelb bis roten Bereich gab, abgewandt. Ganz wichtig ist, die Details zu vielen dieser Bereiche stehen nicht in den planetaren Grenzen. Wir zeigen hier jetzt die Details zu Biodiversität. Dazu gibt es eigene Foliensammlungen bei Scientists for Future zum Beispiel oder zu den Klimathemen. Da muss man sich viel weiter eindenken und viel Informationen kann man dort finden, wenn man wissen will, warum genau diese Anzeigesektoren rot sind. Als Fazit, die Lebenserhaltungssysteme unseres Planeten sind nicht unbegrenzt belastbar. Verschiedene Bereiche davon werden wissenschaftlich untersucht. Darauf gehen wir hier gerade nicht ein und dann in Form eines Anzeigeinstruments visualisiert. Und so ein ähnliches Anzeigeinstrument verwendet zum Beispiel der Sachverständigenrat für Umweltfragen, wenn er den Stand der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie für 2030 im Jahr 2019 visualisiert hat. Die verschiedensten Sektoren zeigen an, wo wir Management betreiben müssen als Raumschiffkapitäne und in welchem Zustand die sind. Herzlichen Dank Ihnen!